Apropopopopopo, fällt mir da gerade ein. Wollte der EK nicht mal irgendwann mal sein Minecraft Let's Play weitermachen? Nur mal so gefragt. Hör mir, geh mal an die Seite. Ich bin gleich wieder da. Ja, ja, hau doch ab. Lass mich doch alleine. Da geht sie hin. So, ich muss auch noch mein Haus hier ein bisschen weiterbauen. Ich bin da noch nicht mit zufrieden. Das sieht so... Das sieht so klotzig aus. Hahaha. Nuttles was slain by Zombie. Okay. Ja, ich glaube, die kommt dann gleich nicht direkt wieder. Zumindest nicht im Spiel. Äh, Boot. Boot. Danke. Äh. Was mach ich denn da? So. Boat! Was ist da passiert? Du gingst und sagtest, ich bin mal eben kurz abwesend und unten kam die Meldung, Nuttles was slain by Zombie. Nein! Nein! Scheiß, ehrlich? Oh nein! Oh! Das gibt's doch nicht! Oh no! Mein ganzer Scheiß! Oh mein Gott! Oh nein! Und wo war das denn jetzt? Oh Gott! Ich hab keine Ahnung, aber ich glaube, ich hab dann ein neues Highlight. Oh! Scheiße! Das ist doch nicht mein Ernst! Äh, du wolltest, dass ich jetzt beim neuen Haus bin und dir auch nicht mal eben helfen kann, ne? Oh, ich muss jetzt erstmal dahin porten! Oh Gott, jetzt bin ich wieder bei Spartan auf diesem... Oh mein Gott! Wie Port Zombie for Killing AFK, ja genau. Ja, ist so. Das macht man nicht. Ich helfe doch was. Oh Gott, wie komm ich denn jetzt hier so schnell zu meinem Haus? Nee, super. Ich mag das. So, das kann dahin, das kann dahin. Du kommst mal dahin. Okay. Vielen Dank.